Dieses Video bietet Ihnen didaktische Informationen für die Verwendung des Werkstattbeispiels Pflanzenbewässerung in Ihrem Unterricht. Die Erarbeitung der hier vorgeschlagenen Unterrichtssequenzen ist für Schülerinnen und Schüler ab der fünften Schulstufe empfohlen. Die Pflanzenbewässerung eignet sich gut dazu, die Unterrichtsfächer Physik, Biologie, Mathematik und Informatik miteinander zu verbinden. Mehrere Arbeitsblätter helfen dabei, diese Verbindung sichtbar zu machen. Je nach Wissensstand der Schülerinnen und Schüler und abhängig von der geplanten Variante müssen zwei bis vier Unterrichtseinheiten zu je 50 Minuten eingeplant werden. Bei der Programmierung werden zu Beginn Schleifen und bedingte Anweisungen benötigt. Das erweiterte Programm verwendet Variablen sowie mathematische und logische Operatoren. Dabei werden für je zwei Schülerinnen und Schüler ein PC mit Internetzugang und einige Topfpflanzen benötigt. Ideal ist es, wenn die Schülerinnen und Schüler ihre eigenen Pflanzen in die Schule mitbringen. Damit der Calliope Mini sicher bei der Pflanze aufbewahrt werden kann, steht eine Bastelanleitung für eine Halterung zur Verfügung. Dafür werden ein Karton, eine Schere und ein Gummiband benötigt. Zudem wird ein Calliope Mini pro Team benötigt. Da in diesem Beispiel die Feuchtigkeit und somit die Leitfähigkeit vom Pflanzenerde gemessen wird, benötigt jedes Team zwei Krokodilklemmen und zwei Metallnägel. Alternativ können auch Schrauben, Büroklammern oder ein Draht verwendet werden. Hauptsache ist, dass das Material gut leitet. Für das Testen der Leitfähigkeit von verschiedenen Materialien sollten verschiedene leitende und nicht leitende Materialien zur Verfügung gestellt werden. Abschließend wird noch ein Messbecher für die Adjustierung der Wassermenge benötigt. Wie bereits erwähnt, ist es ratsam, für dieses Beispiel eine sichere Halterung für den Calliope Mini zu basteln, damit dieser sicher in der Nähe der Pflanze aufbewahrt werden kann. Stellen Sie dazu den Schülerinnen und Schülern die hier angezeigte Bastelanleitung in digitaler oder ausgedruckter Form zur Verfügung. Die Durchführung des Experimentierteils kann im Physikunterricht erfolgen. Das hier dargestellte Arbeitsblatt soll die Schülerinnen und Schüler beim Testen der Leitfähigkeit von verschiedenen Materialien unterstützen. Im Unterrichtsfach Biologie kann der Wasserbedarf von verschiedenen Pflanzen durch Beobachtung, Dokumentation und Recherche erarbeitet werden. Am hier dargestellten Arbeitsblatt können die Schülerinnen und Schüler die Bewässerung der Pflanze und die Anzeige am Calliope Mini dokumentieren. Schnell zeigt sich, dass die binären Werte Strom fließt und Strom fließt nicht, zur Bestimmung der optimalen Bewässerung nicht ausreichend sind. Für genauere Aussagen werden analoge Eingangswerte benötigt. Das hier dargestellte Arbeitsblatt soll dabei helfen, eine detailliertere Analyse und Recherche durchzuführen. Die im Biologieunterricht gesammelten Werte können anschließend weiter im Mathematikunterricht analysiert werden. Wie ändert sich der analoge Eingangswert, wenn 10, 50 oder 100 Milliliter Wasser hinzugefügt werden und wird ein funktionaler Zusammenhang zwischen den beiden Werten sichtbar? Dieses Arbeitsblatt zielt auf eine mathematische Analyse des Sachverhalts und die Definition eines Minimums und Maximums für die Bewässerung ab. Die Erstellung des Programms für den Kaliopemini kann im Informatikunterricht oder Fächerintegrativ erfolgen. Ausgangspunkt soll dabei das dargestellte Flussdiagramm sein, welches die Lehrperson mit den Schülerinnen und Schülern erarbeitet. Das Programm soll unterscheiden zwischen Strom fließt, also leitfähig, und Strom fließt nicht, also nicht leitfähig. Dementsprechend soll ein lachender oder trauriger Smiley angezeigt werden. Um eine genauere Analyse zu ermöglichen, muss statt einer binären Unterscheidung zwischen leitend und nicht leitend mit einem Zahlenwert gearbeitet werden. Dazu ist es notwendig, im Editor Open Roberta in den fortgeschrittenen Modus zu wechseln, damit der hier verwendete Befehl in der Kategorie Sensoren erscheint. Den Wert der Leitfähigkeit erhält man, indem beim Kaliopemini der angeschlossene analoge PIN, bei uns Nummer 1, angesteuert wird. Dazu kann das dargestellte Programm herangezogen werden. Wurde eine genaue Messung mithilfe der Arbeitsblätter und eine Recherche zur Pflanze im Web durchgeführt, so können die Schülerinnen und Schüler definieren, ab welchem Wert es für die Pflanze zu feucht oder zu trocken ist. Zwischen diesen beiden Grenzwerten liegt dann sozusagen der Idealbereich. Dies kann durch ein entsprechendes Symbol am LED-Display des Kaliopemini angezeigt werden. Auch hier kann ein Flussdiagramm sehr hilfreich sein. Mithilfe des Flussdiagrammes erstellen die Schülerinnen und Schüler nun den Programmcode. Zuerst müssen die ermittelten Werte als Variablen definiert werden. Danach finden die verschiedenen Abfragen statt. Ist die Pflanze zu trocken, so erscheint ein trauriges Gesicht. Bei einem optimalen Wert wird ein lachender Smiley angezeigt. Ist sie zu nass, erscheint ein Regenschirm auf dem Kaliopemini. Damit das Projekt optimal verläuft, hier noch ein paar Tipps und Hinweise. Die gemessenen Werte variieren sehr stark, je nach Länge, Abstand, Material und Positionierung der verwendeten Nägel oder Schrauben in der Erde. Die Ergebnisse an der Erdoberfläche ändern sich schneller. Daher ist es ratsam, nicht allzu lange Nägel zu verwenden. Circa 5 cm haben sich als optimal erwiesen. Die Entfernung zwischen den Nägeln sollte dabei mindestens 10 cm betragen, da ansonsten auch trockene Erde sehr gut leitet. Dementsprechend ist es von Vorteil, den Pflanzentopf sowie die Schale mit Erde nicht zu klein zu wählen. Damit die Messungen vergleichbar sind, sollte die Position der Nägel im Topf nicht verändert werden.